So Leute und weiter geht es hier mit Zombie. Immer noch in derselben Aufnahme Session, weil wir bis jetzt noch nicht gespeichert haben. Wenn ich was gefunden habe. Okay, das sieht schon echt gruselig und creepy hier unten aus. Was auch immer das für ein Geräusch war. Immer mal ein bisschen scannen, ne? So, sonst gibt es hier nichts. Da müssen wir hin. Okay, der Kerl hier lebt jetzt nicht mehr. Munition haben wir jetzt auch voll. Und hier unten ist sonst nichts mehr. Ich wette, es wird irgendwie sowas... Oh, Molotow Cocktail, okay, den muss ich mitnehmen. Da muss ich mir jetzt irgendwas ausdenken, was wir wegschmeißen. Kommt das, oder? Ne, kommt eine... Ah, wir haben... Ne, wir haben zu viele Medi-Kids. Wir haben hier schon zwei Stück davon. Und... so. Molotow Cocktails sind Klassiker. Und Klassiker sind bekanntlich schwer zu schlagen. Das stimmt. Gut. Dann, äh, hier müssen wir doch irgendwie was... So, auf verbunden mit dem Netzwerk. Sehr schön. Die CCTV-Kameras sind wieder online. Immer wenn du einen dieser Verteiler stanzst, werde ich ihn hacken und deine Karte aktualisieren. Schau auf dein Pad. Äh, wie? So? Nein. Moment, was haben wir jetzt für eine Aufgabe? Meine Mission. Kehre zum Safehouse zurück. Okay. Dann machen wir das. Oh, ich... Ich hoffe, die dieses Sche... Okay, fuck. Scheiße. So, wa... Uh. Wie er weggeflogen ist. Was ist denn mit dem? Vor allem, wie ist er hier reingekommen? Scheiße. Gut. Nun such den Weg zur Abkürzung von vorhin. Und schieb deinen Haas in einem Stück zurück ins Safehouse. Ich werde es versuchen. Ich hoffe, hier drin ist jetzt kein Zombie mehr. Okay, es scheint alles frei zu sein. Moment, hier liegt noch was. Ist irgendwas zu essen? Hinten raus gehe ich auf keinen Fall. Und ich wette... Oh, ich wette, wir werden jetzt vorne ganz, ganz vielen Zombies begegnen. Komm, mach die Tür auf. Sehr schön. Und... Ja. Viel Glück, Leute. Ach, du Scheiße. Der Dreckschack macht genug Lärm, um Tote aufzubecken. Unten durch. Komm, komm, komm. So. Tür zu. Ah, danke. Hier. So, auch schließen. Und ab in die Abkürzung. Ach. Ja. Oh. Gott. Was war das denn für ein Kerl, Alter? Habt ihr den gesehen? So komisch haben mit... mit Iro-Schnittwungs. Also zurück. Vielleicht ist dir im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Es wird Zeit, sie dir zu zeigen. Die hier. Ja. Ich hab sie schon gesehen. Was soll ich machen? Ah. Scheiße. Gerade rechtzeitig. Der rückt eine Horde an. Achte auf das Radar. Okay. Das ist nicht so geil, glaube ich. Moment mal, die Pistole raus. Von wo kommen die denn? Oh. Kommen die jetzt zu mir? Oder? Ich glaub, die kommen zu mir, oder? Machen die sich auf den Weg? Die können ja eigentlich nur von hier reinkommen, oder? Ich weiß es nicht. Moment, wie sieht's mit meiner Mission aus? Töte alle Infizierte. Okay. Dann legen wir mal los. Guten Tag, Leute. Das wird ein Spaß. Okay. Wo sind denn jetzt welche? Da haben wir einen. Zweig. Oh, der lebt noch. Okay, jetzt nicht mehr. Kommt von da welche? Okay, da ist noch einer. Okay. Wow, wow, wow. Konzentration, Leute. Dahinten kommt auch noch einer. Okay. Oh, scheiße. So, komm schon. So, Stufenaufstieg. Sehr schön. War's das jetzt? Nein, da haben wir noch einen. Eins, zwei. Oh, scheiße. Der geht... So. Okay. Nicht, dass da noch viel Verstand wäre, aber... Sie haben Jagdinstinkte wie Tiere. Und als solche sollte man sie behandeln. Nicht als Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Sie sind tot und das, was ihre Gesichter trägt, ist nicht menschlich. Ich höre hier doch noch einen. Aber wo? Ach, da. Sind jetzt mal alle erledigt hier? Nee, immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Komm schon. So. Du. Oh, scheiße. Und... Sehr gut. Was ist das jetzt noch? Gut, aber es sind schon ein paar durch. Du musst sie erledigen. Oh, wo kommen die denn alle her? Springt der jetzt wieder von hier runter? Ah, die kommen von diesen scheiß Schächten da. Okay. Hm. So, du. Eins. Und... Komm schon. Wackel nicht so viel rum. Scheiße. Nachladen. Oh, fuck. Oh, fuck. Komm schnell hier rüber. Nachladen. So. Und du bist jetzt auch tot? Okay. Und du auch. Das war's. Okay. Mach ne Pause. Du hast sie geverdient. Gut. Haben wir hier alles durch. Blindern auch mal eben alles. Und wir haben kein Ding verloren. Ein Nickerchen. Ein Nickerchen. Ein Nickerchen wird dich wieder auf die Beine bringen. Das glaube ich auch. So, ich schließe dann auch mal eben hier die Türen alle. Bevor nämlich nochmal sowas passiert. Und wir dann ziemlich gearscht sind. Ich glaube nicht, dass das das letzte Mal gewesen sein wird, dass sowas passiert. Ich glaube, wir sollten mal ein Auge auf den Buckingham Palace werfen. Vielleicht kommst du sogar rein, während die mit den Infizierten beschäftigt sind. Warum nicht einfach so in den Buckingham Palace? Du musst rein in den Buckingham Palace. Nur so kommen wir an bessere Waffen und Vorräte. Selbst wenn es von Pest-Boilen wenig. Was kann ich denn hier aktivieren? Ah, okay. Da können wir die... Waffen von... Zeigt das an jetzt, was da alles liegt? Oder... Ich weiß... Keine Ahnung. Hinsetzen. E-Info. Ne, Q. Was haben wir hier? Löschraketen, Pistolen, Munition. Ach so, okay. Das zeigt mir dann also an. Was sich da befindet. Okay. Gut, dann können wir hier irgendwas noch machen? Ne. Okay. Dann würde ich sagen, wir... Okay, wir sind jetzt bei 9 Minuten. Speichern. Ah. Okay. Okay. Ich konnte die ganze Zeit hier speichern, aber... Okay, was... Was? No service from the station. Okay. Der Generator. Wundert mich auch, dass der einfach so die ganze Zeit durchläuft. Wie viel Platz haben wir denn im Inventar noch? Jede Menge. 13 Schuss-Pistolen-Dingens. Okay. Das packe ich mir hier mal irgendwie so alles nebeneinander. So ein bisschen aufräumen. Äh... Pistole dahin. Okay, dann nicht. Dann halt die Bretter dahin. Das dahin. Alles mal so ein bisschen hier sortieren. Das dahin. Okay. So, und so. Jetzt haben wir doch die 2 Minuten noch rumgekriegt. Stimmt, hier waren Minen drin. Die nehme ich mir mal... Oh, jetzt habe ich die gar nicht mitgenommen. Ich habe nur einen freien Platz, oder? Jo. Okay. Dann packe ich die Mine mal hier rein. Darin kannst du Waffen, Munition und Vorräte aufbewahren. Draußen kannst du nicht alles mit dir rumschleppen, aber ein gut gefülltes Schlager hält ja alle Möglichkeiten offen. Also, immer rein damit. Ja. Das hier eintauschen. Die Mine nehme ich erst mit, wenn wir irgendwie was richtig krasses machen müssen, oder so. So. Du. Da. Ne, Rucksack. Die Mine jetzt auch da rein. Okay. Und dann machen wir die Tür mal zu. Und wir legen uns dann jetzt mal schlafen und speichern. Und ich bedanke mich erst mal fürs Anschauen bei euch. In der nächsten Folge gehen wir dann in den Buckingham Palace. Der macht sich jetzt erstmal eine gute Nacht. Und ich auch. Und, ähm. So, dann haben wir jetzt gespeichert. Sehr schön. Und wir sehen uns dann ja in der nächsten Folge wieder. Nochmal vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm. Ja. Bis zur nächsten Folge.